Ja, das ist sie also, unsere Couch und das gute Stück. Das braucht jetzt noch einen Namen. Und da sind Sie gefragt. Wir haben drei Namen zur Auswahl. Kauderwelsch Couch, Stimmungssofa oder Mikro Couch. Und Sie, Sie können abstimmen. Die Abstimmung finden Sie auf www.tv-allgäu.de und auf der Startseite, da gibt es dann direkt den Link zu unserem Abstimmungsmodul. Ja, und dann kommt das gute Stück ab Weihnachten zum Einsatz, denn dann gibt es von hier aus die Weihnachtsgrüße. Nach den Feiertagen soll die Couch aber nicht wieder eingemottet werden, nein, sie geht auf Reisen. Und zwar durchs gesamte Allgäu, vom Bodensee nach Memmingen, von Buchlohe bis Oberstdorf. Egal ob Sportveranstaltung, Feuerwehrjubiläum oder Dorffest, wir kommen Sie besuchen mit dieser Couch. Und dann greifen Sie zum Mikrofon. Also, egal ob Geburtstagsgrüße, eine Liebeserklärung oder ein Gruß einfach nur so. Das bleibt ganz Ihnen überlassen. Zu sehen ist das Ganze dann auf Facebook und ein Ausschnitt davon natürlich bei TV Allgäu Nachrichten. Ja, und wo wir dann überall mit dieser Couch sein werden, das soll zumindest meistens eine Überraschung sein. Wie das gute Stück aber heißen soll, das entscheiden Sie. Also, gehen Sie auf unsere Internetseite www.tv-allgäu.de. Dort finden Sie einen Link, der Sie zu unserer Abstimmung weiterleitet. Was soll es sein? Kauderwelsch-Couch, Stimmungssofa oder doch Mikro-Couch? Sie entscheiden! Das ist S ideia! Untertitelung des ZDF, 2020